Hallo liebe Interessenten, wir sind Wolfram und Rikana Geisler. Wir sind die Begründer der Town-Touch-Methode und die Leiter der Akademie. Danke, dass Sie unsere Unterlagen angefordert haben. Dieses kleine Video hilft Ihnen vielleicht dabei, schon im Vorfeld Fragen zu klären, die immer wieder gestellt werden. Unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind zwischen 30 und 60 Jahre alt und die eine Hälfte, das sind Menschen, die sind Experten. Sie kennen sich schon aus mit Klangtherapie und Massage und die andere Hälfte, das sind Menschen, die wollen sich ein zweites Standbein schaffen und die kommen aus fachfremden Bereichen. Ja, um diese zweite Gruppe geht es, bei der nächsten Frage, die Quereinsteiger und die fragen immer wieder, bin ich geeignet für diese Ausbildung? Die Antwort ist ganz einfach, man ist in dem Moment geeignet, wo man Menschen gerne berührt und ihnen auf vielfältige Weise nahe kommt. Und ich erinnere mich an das Jahr 2009, das war das Jahr nach der Bankenkrise und wir hatten in unserem Ausbildungsjahr gleich vier Banker. Und wir waren erstaunt, mit welcher Qualität, mit welcher Achtsamkeit diese vier Männer von Anfang an berührt haben. Und Menschen mit Körpererfahrung, zum Beispiel in den Bereichen Tai Chi, Qigong, Reiki oder Yoga, die können auch sehr viel mit der Tao-Touch-Arbeit anfangen. Wir haben immer das Gefühl, sie bewegen sich so fließend, sie tanzen durch die Klänge, sie tanzen durch die Massagen und anschließend sind sie so entspannt wie ihre Klienten selbst. Eine andere Frage betrifft die Abstände zwischen den Ausbildungssequenzen. Und das ist natürlich vom Lerntyp abhängig. Manche möchten die Ausbildung möglichst kurzer Zeit schaffen, andere lassen sich mehr Zeit. Wir beraten sie da gerne. In ihren Unterlagen finden sie auch ein Blatt, wo wir Vorschläge machen, wie sie zum Beispiel in fünf Monaten zum Tao-Touch-Klang-Therapeuten, in sieben Monaten zum Massage-Therapeuten werden können. Und wenn sie dann noch voller Begeisterung und Freude sind, dann können sie weitermachen. Wir haben Praktikertage und Aufbaukurse. Wir haben einen Meisterkurs. Und vor allen Dingen haben wir gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Alternative Medizin das Berufsbild des Tao-Touch-Gesundheitspraktikers ins Leben gerufen. Ja, wir begrüßen Sie herzlich aus Bayreuth und freuen uns darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen. Danke. Dankeschön.